Wieso machst du auch beide Augen zu? Ich habe gestern versucht, mein Make-up mit einer Airbrush-Pistole zu machen und wie ihr hier sehen könnt, war das ein kompletter Fail. Aber weil ich über 200 Euro dafür gezahlt habe, werde ich das heute auf jeden Fall nochmal versuchen. Okay, ich mache nur ein Auge zu, ziehe das so ein bisschen lang und dann drücke ich drauf und ziehe das so ein bisschen nach hinten. Oh nein! Das war zu hoch nochmal. Davor hatte ich die ganze Zeit Angst, das hat gerade richtig weh getan. Ich glaube, der Luftdruck war zu hoch. Ich versuche es jetzt mal mit weniger Luftdruck. Oha, das ist schon viel besser. Ich nehme jetzt nochmal ein dunkleres Blau. Ich meine, es kann immer schlimmer sein, oder? Was soll ich als nächstes damit machen?